Der Winter naht und die ersten Fröste sind nicht mehr fern. Viele fragen sich daher, kann ich jetzt noch pflanzen? Was mache ich mit der bestellten Lieferung, wenn es friert? Hier können wir dich beruhigen, solange der Boden offen ist, also du mit dem Spaten in den Boden kommst, kannst du auch pflanzen. Sind die neuen Gartenbewohner erst einmal im Boden, sind sie auch voll winterhart. Friert es stark beim Eintreffen der Pflanzen, kannst du die Pflanzen natürlich eine Zeit lang versorgen, bis wieder gepflanzt werden kann. Staunen und Gräser können das ganze Jahr über gepflanzt werden. Von Vorteil ist aber die Zeit vom Frühjahr bis zum Spätsommer. Bei nicht zu nassem Boden kann man auch im Herbst pflanzen. Container und Topfware können das ganze Jahr über gepflanzt werden. Der optimale Zeitpunkt ist die herlaublose Zeit von Mitte Oktober bis ca. Ende April bis Mitte Mai. Außerhalb dieser Zeit empfehlen wir dringend die ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen. Über ein Like und Kommentar würden wir uns sehr freuen und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, empfehlen wir dir zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! ös Untertitelung des ZDF, 2020